So, ach Gott, ähm, nach einer kleinen Stärkung für mich geht's jetzt weiter mit Skyrim. So, wie es scheint, können wir den vielleicht auch hier reinlegen oder hier. Wir können also nur die zwei Tasten. So. So. Ich drücke E. Ah. Cool. Hm. Aha! Da ist es! Schriftrolle der Alten. Schriftrolle der Alten hinzugefügt. Abgeschlossen das Wissen der Alten. Lies die Schriftrolle der Alten an der Zeitwunde. Dann zurück nach Himmelsrand. Hey! Gut. Wir haben es geschafft. Und wohin müssen wir jetzt? Das ist hier die Frage. Hier. Lies die Schriftrolle der Alten. Hals der Welt. Ja. Schnell zum Hals der Welt reisen. Die magische Schule. Die Illusion. Die Schriftrolle der Alten. Die Schriftrolle der Alten. Kogan Akatosh. Die Knochen der Erde selbst stehen euch zur Verfügung. So geht denn. Erfüllt euer Schicksal. Bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Er kann die Zeichen nicht übersehen. Die Schriftrolle der Alten. Abgeschlossen erlernen den Schrei. Drachenfall. Drachenfall von den Felsen der Not. Da absulturse Alduin Vokri. Heute wird Alduins Herrschaft wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Kriffwot Akrin. Sterbt jetzt vergebens. Für Immersatz. Ich bin ein Ruhmreicher Tag, nicht wahr? Habt ihr keinen anderen Gedanken als daran, eure Klinge in Blut zu tauchen? Was gibt es sonst noch? Der Kampf dort unten nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann verstehe ich es alles verloben. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wir werden den Sinn erringen. Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird kommen. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns fürchten? Selbst jetzt. Wir haben schwere Verluste beigebracht. Vier seiner Leute sind heute allein meine Anwesen. Doch noch konnte niemand Alduin selbst standhalten. Daltor, sorry, Rückhirn. Wir besaßen nicht den Drachenfallschwein. Sobald wir ihn herunterholen, verspreche ich mir seinen Kopf zu holen. Ihr versteht mich. Alduin kann nicht wie ein niederer Drache niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die Unsere. Warum habe ich die Schriftrolle der Alten gemacht? Geld ihr? Wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, will ich das auch nicht wissen. Nein, wir sind uns selbst um Alduin kümmern. Hier und jetzt. Das werden wir schnell genutzt sehen. Alduin nervt. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Boah, hat der Macht gelernt. Sterblicher Drachenfall. Glockenlohn. Das система Gasparatha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017